Privatdozent Dr. Altintasch. Der renommierte Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie zählt zu den Professoren und Privatdozenten, die das komplette Fachgebiet vertreten und damit auch die Lehrbefugnis an deutschen Universitäten zugesprochen bekommen haben. Auch international wird seine große Erfahrung und Meinung auf Tagungen und Fachkongressen geschätzt und genießt stets größte Aufmerksamkeit. Somit zählt er international zu den wenigen Experten, die die Kunst der plastischen und ästhetischen Chirurgie nicht nur in vollem Umfang lehren und repräsentieren, sondern auch praktisch anwenden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung führt Privatdozent Dr. Altintasch in seinem geförderten Buch im Dienste der Schönheit auf. Insbesondere das Kapitel Der Arzt und die ethisch-moralische Verpflichtung in der plastischen Chirurgie von Dr. Altintasch genießt von vielen plastischen Chirurgen höchste Anerkennung. Daher gilt auch Dr. Altintasch deutschlandweit als Verfechter ethisch-moralischer Verpflichtungen, weshalb seine Arbeiten heute für viele plastische Chirurgen als Grundlage für eine seriöse Beratung und Behandlung dienen. In über 220 wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurde seine besondere Expertise international rezitiert und damit als Referenz anerkannt. Damit wird sein hervorragender Ruf als Experte für ästhetische und plastische Chirurgie international von führenden Ärzten und Wissenschaftlern anerkannt und gewürdigt. Daher wird Dr. Altintasch auch in zahlreichen internationalen Lehrbüchern wie General Traumacare, Intensive and Emergency Medicine oder dem aus sechs Bänden bestehenden Plastic Surgery für seine fachspezifische Expertise als Referenz ausgezeichnet. Auch das deutschsprachige Lehrwerk Praxis der plastischen Chirurgie, welches als Grundlage für viele plastische Chirurgen fungiert, ist mit dem Namen Altintasch fest verbunden. Sein internationales Renommee erwarbt sich der Ausnahmechirurg nicht nur als Autor von Lehrbüchern oder Vorträgen auf Fachkongressen, sondern auch durch seine praktische Anleitung von Chirurgen an international renommierten Universitäten. Arbeiten an den renommierten Universitäten Zürich, Department of Surgery Michigan USA, der Universität Kick School of Medicine in Los Angeles oder nationalen Hochschulen in Hannover, Essen und Köln zeichnen die besondere Expertise von Dr. Altintasch aus. Als Experte in der plastischen und ästhetischen Chirurgie ist Dr. Altintasch zugleich im Herausgeberbord internationaler Fachzeitschriften, darunter als einziger aus Deutschland im Herausgeberbord der weltgrößten Fachzeitschrift Advances in Woundcare aus den USA mit einem Impact Faktor von sage und schreibe 5,2. Privatdozent Dr. Altintasch entwickelte bewährte Techniken der plastischen Chirurgie weiter und gibt moderne OP-Techniken im Rahmen von Lehroperationen an Fachkollegen weiter. Daher gilt Dr. Altintasch im Bereich der Körperformung als Experte der Haute-Couture-Medizin. Außer in Köln und Düsseldorf operiert Privatdozent Dr. Altintasch auch regelmäßig in Europas Metropolen, Paris, Rom und London. Hier teilt er mit anderen plastischen Chirurgen seine besondere Expertise, wo seine weiterentwickelten modernen Techniken stets auf hohes Interesse stoßen. Seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Mikrozirkulation ermöglichten unter anderem die Weiterentwicklung von OP-Techniken, die in einer besonders feinen oder unsichtbaren Narbe resultieren. Diese Erkenntnisse sind gerade bei Brustoperationen oder Brustverkleinerung mit feinen oder teilweise kaum sichtbaren Narben von großer Bedeutung. Seine groß angelegte Studie bei 162 Brustoperationen mit narbensparenden Techniken stößt daher unter Fachkollegen auf großes Interesse. Privatdozent Dr. Altintasch entstammt einer Dynastie von plastischen Chirurgen, die allesamt den besten internationalen Ruf genießen. Über 20 Jahre Erfahrung, hervorragender Ruf und exzellente Ergebnisse sind nur wenige Attribute, die Dr. Altintasch beschreiben. Die überdurchschnittliche Weiterempfehlung durch ärztliche Kollegen, der Presse und Patienten runden die hohe Kompetenz von Privatdozent Dr. Altintasch ab. Altintasch ab. Altatorintasch ab. Altatorintasreff. Vielen Dank.